Ich soll ausrichten vom Herr Franziskus, er ist in den Schweigestreik getreten, weil man seine Band gecancelt hat, weil sie das Jahr mal Highway to Hell spielen wollte. Weil die Leute meine Weihnachtszeit nicht mehr hören können, komponiere ich jetzt mal was für einen anderen Feiertag. Ich mache was für den Yellow Sack Day. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe mir für nächstes Jahr was besonders vorgenommen und zwar möchte ich mich mal in der Politik engagieren. Mir geht ja dieser alljährliche Wettbewerb zwischen den Nachbarn, wer an Weihnachten die schönste und hellste Weihnachtsbeleuchtung hat auf dem Geist, deswegen haben wir jetzt den Buckingham Palace einfach angezündet, das gewinnen wir. Ich habe mir wie jedes Jahr an Weihnachten vorgenommen abzunehmen und ich wollte sieben Kilo abnehmen und jetzt fehlen nur neun. Und dieser Wahnsinn, wie teuer Weihnachtsmärkte worden sind, die wollten Glühwein kaufen, hat er sieben Euro gekostet, das sind ja 14 Mark, also langsam Leute, ich fliege jetzt immer in den globalen Süden auf die Weihnachtsmärkte, weil die billiger sind. Natürlich soll man nicht alles im Internet bestellen, aber jetzt bin ich in die Stadt gefahren und wollte im Laden von meiner Mutter einen unterirdischen Teilchenbeschleuniger kaufen, aber den hast du da nicht gekriegt, also habe ich ihn online bestellt. Mir stinkt es so, dass die Leute bloß nur daheim sitzen, man muss rausgehen und Action machen und ich mache das, ich treffe mich an Weihnachten mit meinen Girls und dann bestellen wir auf Netflix was zum Essen und klotzen die Lieferanten. Herr Kim, wir schenken dir das Jahr zu Weihnachten einen neuen Handyvertrag, 10 Gig Datenvolumen und flat in alle Netze rein. Danke. Und ein Samsung-iPhone dazu. Ja, ja. Nachhaltigkeit bleibt ein Thema, also deswegen sind jetzt zum Beispiel auch bei mir daheim die Weihnachtskerzen, die sind nachhaltig und vegan, damit ich sie nach Weihnachten fressen kann. Also ich habe ja auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühwein viel zu schnell und viel zu heus geschlürft, jetzt habe ich am Mund eine Schlürfwunde. Hey Bruderherz, das ist brutal assi, wie teuer Geschenkpapier worden ist und deswegen treffen sich meine Bros und ich jetzt abends und wir malen unser Geschenkpapier mit Wachsmalstifte selber, weil wir halt auch einfach nicht blöd sind. Ich wünsche Ihnen ebenfalls ein frohes Fest und ich gehe jetzt auf den Weihnachtsmarkt und sauf da so lange, bis ich Sachen aus Filz schön fände. Guten Abend.